Was hattest du für'n Durchschnitt? 3,5, ne? Ja, fast. Was heißt fast? Ähm, 2,7. Wie sagst du meinen Streamchat verarscht? Hallo, Rebugs! Du scheiße, wie kann ich reden und ich seh dich nur so. Why are you gay? You're so gay! Look at your skin, you're the gayest person in my life. Go away, go away and play this girl. This girl is the best game. I'll go and play GTA 5, okay? Wir haben Sprachtrad aus. Oh, der ist grad ausgemacht. Sorry, Marx, I must save Arda, he is a bot. Ah, Jawolsky! Er lief dir safe. Oh, sorry, Warshmi. Ich weiß nicht wie, aber ich hab ihn. Unser Maid stirbt so und gleichzeitig so, oh nice, ich hab ihn. Als ob ich so ein Maid hätte. Hallo! Oh, Hallo! Man, Hallo! Hallo, mein Freund! Willkommen bei New Station. Wo bist du denn? Ich bin von Deutschland. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Äh, Deutschland. Deutschland. Wo ist der Typ? Da vorne. Ich seh dich ja da. Hey, komm her! Jungs, hörst du wie Explosions in Tilde gerade? In DER! Darf ich das Spiel beenden? 1000 Abonnenten? Darf ich aufpassen? Stand auf dem. Er wird sterben. Hi! Mann, er hat's nicht selbst gekillt. Dafür hab ich ihn gekillt. Hä? Oh fuck! Darin, aufpassen! Aufpassen! Mann! Das ist nicht so. Ihr habt keine Messer. Ich auch nicht. Ich komm mit der Berg nicht hoch! Die fahrt mit ihm! Oh fuck! Pass auf! Du bist tot! Aua! Finish! Ich hab ihm zwei Hits gegeben! Brr, das merke ich gerade erst im Schnitt. Einer meiner Schüsse hat gar nicht den Gegner berührt. Weil die einfach gegeneinander gekommen sind. Ihr seht hier oben meine Granate und die Rakete vom Gegner. Und die sind einfach ineinander geflogen und explodiert. Wie viel Ander kann man denn haben? Ich hätte ihn sonst gekillt. Hätte diese Granate getroffen. Okay, sie hat getroffen. Die Rakete vom Gegner. Aber... Hätte die den Gegner getroffen, würden wir noch leben! Ja! Scheiß, ich hab mein Kopfhörer kaputt gemacht! Eine Sekunde, fuck! Ich weiß, wie ich standen soll. Das klang eher, als hättest du irgendwie ne Dose geöffnet. Egal, ich hab's wieder repariert. Alles gut. Das klang eins zu eins, als hättest du irgendeine Dose geöffnet. Das ist wie ein... ...vermöses, kaputte Kopfhörer als Ausredner dafür. Ja! Ach, scheiß, mein Kopfhörer ist gerade kaputt gegangen! Wie öffnest du gerade? Das ist so ne Dose. Den müsst ihr einfach mit den Zähnen aufmachen. Ich zeig's jetzt mal. Hm? Ah! Jawolsky! Ah! 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 Scheiß, ich hab mein Kopfhörer kaputt gemacht! Eine Sekunde, fuck! Toxic! Darin! Toxic! Och, Junge, warum haben wir so unfällige Teammates? Ach, die haben mich ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn so oft versucht zu kommen. Ich hab ihn so oft versucht zu kommen. Gehen wir los! Gehen wir los! Gehen wir los! Jetzt die wird das ein Wheeler! Ob du schuld hast? Ja, für mich! Ja, hab ich! Danke! Alarm! Alarm! Gnadenbringer ist da! Notfall! Ah, Hilfe! Piu! Piu! Der finischt! Der finischt! Der finischt! Der finischt mich wirklich! Der finischt! Der finischt! Der finischt! Das sind mehrere, what the fuck? Also, einen hab ich genockt! Ja, warum? Hi! Ich hab alle! Ich muss euch durchschließen, bevor ich schaue, was will! Hinter uns sind noch welche, Ada! Fuck! Wenn da jetzt von oben ne Granate reinkommt, dann hasse ich mein Leben! Oh, fuck! Was? Was ist das? Lass mich dich hochholen, Junge! Krabbeln nicht weg! Ah! 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 Ich hab mein gesamtes Leben für dich aufs Spiel gesetzt! Ah, fuck! Oh, fuck! Oh! Hi! Wow! Ich bin auch weggesprochen! Ich bin auch weggesprochen! Ah! 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 Also, steh ich mich! Fuck, Alter! Ich schaue so nach rechts selber und werde hochgeholt! Das ist auch so, wenn sie da noch losgehen! Hello! Tschüss!